So, guten Morgen zusammen und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und ihr habt es gestern bestimmt schon mitbekommen, es gibt jetzt die Schattengubi kostenlos im Shop. Aber dazu gibt es wieder neue Informationen, denn man kann das Ganze jetzt auch ohne PC machen, sondern einfach per Link direkt den Kauf abschließen. Das Ganze müsst ihr halt dann über den Epic Launcher machen, habe ich aber auch schon ein Video zu hochgeladen. Ich werde das Ganze natürlich oben rechts verlinken. Einfach kurz das Video angucken und dann wisst ihr auch, was genau gemeint ist. Aber wir gehen jetzt erstmal in den normalen Item Shop rein und in dem Sinne Abfahrt. So, ihr habt schon gesehen, ich habe mir schon Ruby geholt, weil das ist jetzt erstmal ein anderes Thema. So, was haben wir heute drin? Die Superhelden sind wieder alle zurück. Und hier könnt ihr euch natürlich wieder richtig austoben. Denn ihr seht schon, ihr könnt den Skin individuell ändern, wie ihr Bock und Laune habt. Also, das ist wirklich schon gut gemacht. Also, da gibt es bestimmt auch krasse Editionen, aber ich bin einfach kein Freund von so Superhelden. Ich weiß nicht, warum. Das sieht mir aus wie, keine Ahnung, ein Kostüm aus dem... Ich weiß nicht. Mir gefällt es einfach nicht. Keine Ahnung. Für mich ist Superman Superman und das war es. Aber das hier sieht dann aus wie, keine Ahnung, ein Karneval. Oh, ich habe mich mal verkleidet. Das gibt es natürlich in vielen, vielen verschiedenen Varianten, wie man sieht. Ihr könnt euch da austoben, wie ihr Lust und Laune habt. Denn jedes Mal ist ein anderes Emoticon dabei. Gehen wir uns mal gerade ganz schnell durch. Da ist noch so eine Mücke dabei. Also, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, sage ich mal. Aber meins ist es halt leider nicht. So, ach, jetzt geht mir eben auch noch weiter. Ach, im Prinzip dann hier nochmal mit... Wie nennt man das nochmal? Atomen? Da haben wir eine Kühle. Dann haben wir hier das Ganze mit dem Hund. Für Leute, die einen Job machen, ist das hier echt schwierig. Dann noch einmal mit der Ente. So, das soll doch jetzt erstmal mit denen gewesen sein. Wie gesagt, da könnt ihr euch individuell austoben. Dazu gibt es natürlich noch das... Wie nennt sich das ganze Paket? Helden-Ausrüstungspaket. Einmal mit der PKX, die ist nice. Und dann das Rücken-Accessoire. Dann das Emoticon... Ne, wie nennt ich das nochmal? Das ist das Rücken-Accessoire. Dann das ist das Emoticon. Und noch ein Emoticon. Na gut, wenn man es unbedingt haben will. Die PKX hätte auch alleine schon gereicht. Wie gesagt, die PKX alleine kostet aber 1200. Wenn ihr euch aber das ganze Paket holt, kriegt ihr halt für 200 V-Bucks noch die anderen Sachen dazu. Dann haben wir das Weiteren jetzt wieder Zeit zu tanzen drin. Achtung, Copyright-Problem. Ist ja das Problem. Ich kann es nie lange abspielen. Dann ist Krypto schon wieder zurück. Dafür haben wir ja einen neuen Stil bekommen. Das ist diese Vorjahr-Variante. Die ich persönlich nice finde. Gefällt aber irgendwie nicht jedem von euch. Aber muss es natürlich auch nicht. Aber seht schon, also mir gefällt es. Ich bleib dabei. Denn ich habe hier die weibliche Variante. Und ich weiß nicht, ich finde es halt nice. So, gucken wir mal gerade. Das sieht doch nice aus. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Dazu ist noch die Enigma. Da haben wir nun wieder drin. Dann Victorias Zeit. Ja gut, das ist wieder so ein Geschmackssachendick. Dann haben wir Flott, Lock und Stalker. Man merkt, wie das ist früh morgens. Und ich bin noch nicht ganz wach. So, Zeit zu tanzen hatten wir schon. Dann Finsterherz ist wieder zurück. Auch ein schöner Skin, finde ich. Davon habe ich ja die männliche Variante. Aber die ist glaube ich nicht finst. Hä? Ich glaube, der ist nicht so dunkel. Dann haben wir Wiley wieder zurück. Auch ein schöner Skin in meinen Augen. 1200 V-Bucks auf jeden Fall zu empfehlen. Dann haben wir nach langer, langer Zeit wieder die Lackierung hier zurück. Aber ich finde es nicht so toll. Ganz ehrlich. Ist okay. Aber mit Ahnung wissen wir ja da kommt es eigentlich nur hier vorne auf das Stück an. Aber mehr sieht man eh wirklich nicht. Dann haben wir Bantans. Warum er mir hier wieder die Ruby nicht anzeigt, sondern einen OG-Skin. Keine Ahnung. Dann haben wir den Zauberwürfel. Und nein, ich habe es immer noch nicht geguckt. Vier Stunden lang. Um zu gucken, ob sie den Zauberwürfel gelöst bekommt. So, und verregnete Tage sind wieder zurück. Ding. Oh, die habe ich ja sogar. Lol. Wusste ich gar nicht. Bäm. Warte, was soll ich mal gerade ein bisschen lauter? Lange hatte ich die, glaube ich, nicht drin. So, dann BC Boy Paket noch drin. Batman Paket mit Catwoman jetzt auch noch drin. Dann am dritten Ritter der Runden Tafel ebenfalls noch drin. Doppelagenten Paket. Die Pickaxen dazu. Dann letzter Lacher Paket. Ich sage, das Paket geht, glaube ich, nicht mehr aus dem Shop. So, dann würde ich sagen, war es das mit dem Shop. Ihr könnt euch natürlich, wie gesagt, den Skin hier noch besorgen. Guckt einfach oben rechts in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß heute. Und haut rein.